Spawn Kisten mit Juggernaut Utensilien drauf Und du bist schneller tot, also wie in Hardcore Wenn du jetzt normal oder was? Also nur in dem Modus, nicht jetzt im 2 oder so Achso, im extra Modus In Juggernaut Royale Gibt's dann quasi bis du 3 Hits mit der Pistole tot Weißt du? Was sagst du, der Cross-Planer hat zu einer? Richtig nicht Aber ich muss genau in der Sekunde wieder nach rechts zurück Aber, redest du noch weiter runter? Mit der Stuhl? Ne, ist schon das Weiteste Weiß ich hab mir jetzt anstatt nach 10 Schuss Marazin 30 Schuss draufgepackt Statt den Dings hier, wie heißt es, statt ein Statt hier der Laser Statt ein Laser habe ich mir jetzt erstmal die taktischen Schalldämpfer draufgepackt Damit ich überhaupt einen Schalldämpfer drauf habe So ansonsten halt diese Waffen-Variante weiterhin Mit einem 7-fachen Zielfernrohr und dem Schaft Ich will ja nicht unbedingt Ich will ja nicht unbedingt Ich will ja nicht unbedingt Der ist zwar nicht unbedingt die Gütes Schaft Aber das passiert halt Für die Optik Es geht hier aber nicht um Optik-Hacker Da Ich weiß nicht, wie viele Geil, der fällt schon nicht auf Nee, und dann ähm Ich glaube das ist schon ziemlich krass Du brauchst 2 Hits in den Kopf und wenn du 2-2-3-3 hast, dann bist du weg. Na okay. Du hast auch 1 Hits in den Kopf. Zumindest ist es im normalen Modus so, dass du im normalen Multiplayer 2 Hits oder 1 Hits in den Kopf. Ja gut, weil du mehr schießt. Ja und du ballerst da mit der Direktion nicht mehr. Ja. Alter. Jawollo. Ja gut, weil du mehr schießt. Alter. Ich komm mal mit zu dir kurz. Akimbo. Mit blauen Kugeln. Was war das? Raketenwerfer, oder? Raketenwerfer von da. Safe von da? Ja, die hatten Raketenwerfer, die hatten wir in den Augen. Ich glaube, wer ist über mir. Nee, ich war das. Ich hör was außen. Links. Ich bin unterwegs. Ah, vergessen. Ich will doch den was haben. Alle hier fällten Aktivitäten. Direkt links. Links. Ich hab dich. Er ist K.O. Grau. Er hat ne Grau gefunden. Egal, erste Runde. Gebrockt. Ja, aber nicht gelernt. Mit der S-Mine, ne? Ja. Peinlich, oder? Nein. Ich hab auch so gedacht, er hielt jetzt erstmal mal seinen Team mehr. Täusch. Er geht rechts. Er geht rechts. Er guckt schon links. Er geht jetzt Mitte. Er geht jetzt rechts. Wie hat er mich denn gehittet? Schau mal. Jo. Ja, ich seh ihn nicht. Ich seh ihn gar nicht. Rechts außen kam der Smoke. Da. Er will boxen. Ich treffe auch keinen einfachen Hütter aus der Hüfte, ne? Ist das dumm. Also, wann schießt die denn so langsam? Ich hab irgendwie schnell ne Erinnerung. Wir gehen. Ich hab irgendwie so flüssig schneller. ...schneller irgendwie so... ...pupupupupup. ...schneller. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 10. 11. 11. 14. 14. Oh, no! Oh, no! Ey, Jo, was geht's? Schöne Hexer. Wo willst du denn hin? Ja. Mal gucken, wer schneller ist. Was gehen jetzt nicht allzu viele mit zu den Medien, die sind noch so wenig gearscht wieder. Schnellster! Hab einen K.O. In der Luft? Ja. Hat nur weil ein anderer noch mit drauf geschossen hat noch. Auf denselben. Das ist jetzt mal ne Runde duschen gegangen. Ne, probier mal mal in der Luft wegzumähen. Ah, die haben alle Angst. Vorliegt noch einer? Na gut. Ich hol die Lupe. Ich hab gleich die SKS gefunden. Ich hab einen Link gefunden. Nicht normal. Kontinuitionskiste. Ich hab einen K.O. Ich hab einen K.O. Ich hab einen K.O. Bei mir ist einer. Ich freue. Flieg ab. Hör ab mit dem Heli. Zieh durch. Schaffst du's? Ich hab einen K.O. ich habe gerade eingenockt die sks ist böse die ist richtig böse oh nein vor uns vor uns bei der kiste ja da drin muss ich irgendwie die tür aufmachen naja ich merke hast du denn irgendeine wachervarianz dafür gerade auf oder für was für die sks habe eine normale nougat gefunden ja ja deswegen ja frage ich hab das eine normale nougat ja ja normale ist nicht wahr ich habe jetzt ein fäuste und kampfmesser ja und dann halt aber wieso kann ich dich nicht ausrüsten das kampfmesser es gibt kein kampfmesser das ist nur fäuste ich habe ihn geblendet immer muss ich für dich mitsaugen es ist eine betäubungsnade hexta ne reines ist ein stunnade sie hat natürlich hinter ihm gezündet ne da bringt sie nicht ganz so viel den haben die genommen oh ich hab mir die tür gehört das ist keine variante das ist nur links aber das ist mausermunition da wo du gestorben bist wo die kiste war da ist im linken gebäude eine panzertasche ja wenn du da hinfliegst ich schwieg jetzt da hin damit und die typen neben du gerade den lkw geklaut hast du auch da hinfahren die was die geht te ja Was du nicht vorne draufspielen kannst, dann bist du drin. Und jetzt? Ja, dein Zeug liegt hier noch. Nicht alles, aber ich kann dir was geben. Sturmgewehr kann ich jetzt noch. Hier, Sturmgewehr, Muni. Hab ich alles, los. Schmink dir das mal lieber. Das ist hier, wo die beiden Pipits sind, die gerade um mich geschossen haben. Glaubt, Thorns beim Loadout. Wo der Loadout runterkommt? Ja, das sind die. Vielleicht rechts ins Haus. Geh schon mal hoch. Ja, da sind die Tür auf. Ja, einer ist unten. Behinderung. Haltblutig, daran dass sie sich süß. Der andere ist hin links. Ja. Knocked. Wo war der langgeschossen? Es ist ja wieder drei gewesen. Ne, es sind zwei. Ich sehe ihn links. Ich hätte schon selbst wieder belegt. Tja. Sie haben einen Raketenwerfer gespielt. Die Reugen. Ja, so eine Muitionskisse. Ja, mache ich auch. C4 mitnehmen, auch ist eine Provokation. Ja, das schrägst du eben so. Ja, okay, lasst uns zu einem Schlassen gehen. Ja. Ich habe einfach seine M4 mitgenommen, damit ihr ihn nicht nochmal kriegt. Ich glaube, die haben ja auch mitgenommen. Ich glaube, die wollten einfach nur schnell zu dem Wiederbelebenden ein. Kannst du mir noch ein paar Platten schaufen? Ja. Jetzt willkommen an die zwei Zuschauer, die gerade dazu gestoßen sind. Ich weiß nicht, warum jetzt auf Waffe ich jetzt spiele, aber wenn ich nicht brauche. Ich habe eine neue Grau-Klasse. Ich habe eine neue Grau-Klasse. Grau-Klasse. Hier mache ich erstmal die eine Platte voll. Neue Grau-Klasse. Er denkt auch. Also... Das war genau von denen die Kiste. Die sind jetzt bestimmt in der Lobby. Was sagst du? Hexer? 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 He? Was? He? He? Du warst gerade weg bei mir. Ja, ich weiß. Bei mir war auch hier gerade kurz... Guckt er wieder? Jetzt geht es wieder hier. Hattest du gerade wieder kurz Internet weg, oder wie? Ja. Hier wurde einer wiederbelebt. Brauchst du gerade nicht? Ich bin voll. Also... Ich dachte mir schon, Digga, ist es nicht bei mir oder bei dir? So, dann kam er Schlussverkauf, dachte ich mir, okay, dann ist man schon bei mir. Ne, war alles in Ordnung dann. Hier war alles gut. Da habe ich direkt gemerkt, als der Lee noch einmal so kurz gehakt hat... Ja, und dann war schon... Und so mitten im Reden aufgehakt, was zu sagen. Ha! Ja! Für was? Die kommen an oder kriegen auf die Fresse? Ha! Weißt du, was ich nicht unnötig finde, ist hier mit den Helikoptern. Wollen wir vorne ins Haus gehen? Da ist einer rausgesprungen. Das sind die! Der hat KRD drinne, der Hund. Was ist das? Hast du ihn direkt da? Ja. Den anderen Hund siehst du auch im Radar. Oh, oh. Das ist deiner. Einer ist bei oben. Komm rein! Was wollt ihr denn jetzt? Team ausgelöscht. Ja. Plattenkiste. Hat er sich grad in seinem eigenen Klasseflatt getötet, oder? Nee, ich habe C4 aufgehauen. Das war ein recht komischer Fight grad, oder? Ja, die haben zwei Munitionsküsten hier. Ja, nee, die eine habe ich grad gejobbt. Spür? Ach, Panzerkiste, ne? Ja, dann schmeißen wir einfach die Muni... Ich schmeiß nur die eine Muni-Kiste. Ja, machen. Perfekt. Sollen wir uns hier irgendwo hinschillen? Und wenn die wiederkommen? Ja. Ich hab' noch keinen Geist. Ich hab' noch keinen Geist. Die sind im Kreis. Macht euch bereit für den Kampf. Ne, da sind wieder zwei, oder? Ja, das ist richtig böse aber auch. Wenn er so'n Sandskin an hätte hier, so'n Wüstenskin, dann ist krass. Ich hab' ja eher so'n dunkel-grünen an, damit er mich so'n Balten so gut sieht. Wie sie immer sind. Zu diesem Sand nicht? Ja. Feinliche Drohne. Tanja Lipi. Das ist ganz schön. Ich hab' nie zu den Weg. Wie lange... Ach, ich hab' nie zu sehen. Ich nur noch einen Moment. Du bist immer zu. Oh... 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 Oh, oh. Und hab doch schon einer. Ich weiß. Ich weiß nicht, was ich da finde. Was ist denn das? Ich glaube, wir würden die Mietverzeiger nicht mitnehmen. Ich treffe den nicht. Auf einem Typen, der auf dem Dach steht. Hier drüben, ne? Auf der anderen Flussseite. Na, guck mal. Ich glaube, die kommen natürlich rein. Hier. Moin. Hallo. Hallo. Der hat ein Schild. Hm. Ja, ja. Ja, mach das. Hinter uns. Ich hab seinen Kopf getroffen, weißt du? Schick, oder? Ja. Bitte die Panzerungstaschen nicht mitnehmen. Kiste. Ich hab doch eine. Die Kiste. Er guckt wieder. Vorsicht. Er steht zu links. Ja. Er wurde von rechts geschossen. Hier. N-Niken. Einfach ausgerissen. PSN in den Chat. Dann kann man mitmachen. Wo sind die Boys jetzt? Ach, siehst du. Und so weit vorne. Ja, es hat nen Hit. Erstes K.O. Wo ist denn? Er ist rechts rüber in die Mauer gelaufen. Echt schon? Nein, ist ja hier vorne schon. Okay, Zone kommt. Eben die Zone kommt. Er muss jetzt irgendwo hin kommen. Wir sind gerade eben unten beim gelben Haus. Ja. Fremdaktivität. Steht weg. Hast du ihn? Nö. Na, ist klar. Komm, let's go. Ich lauf nochmal da eben hinten durch. Wenn da noch was ist vorigen, äh, Sniper-Munition. Kriegt da noch was? Ein bisschen, ja. Da war noch was. Ich bin auch nochmal voll. Hier auf der Sisa. Über unsere Reise bleiben? Oder auf die Sisa? Rüber. Hol dir. Ach, wir haben ja schon. Wir haben ja schon. Self-Rest. Vor uns. Links. Rechts. Links auch im Haus. Check-up. Ja, moin. Ja, er guckt im Fenster. Zieh durch, zieh durch. Und vor uns. Im Fenster irgendwo. Offen oder nicht offen? Im Haus. Lass weiter, komm. Er ist unten am Fenster. Cheap break. Komm, dude. Muss noch nachladen, kurz wegkommen. Nee, du dumme Sau. Er ist da offen. Er ist hinterm Haus. Da? Ja. Er ist in einem kleinen Haus. Links von dem blauen Haus. In dem Backstern. In meinem Haus ist er dran. Da ist er dran, ja. Ja. Ah, ja. Na, das war dumm. Verdammt. Aber der. Er wird schon wieder besser sehen, als ich ihn. Das passiert hier nicht. Hey, war der Gulag schon zu? Ja. Ah. 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 Stimmt. Ah. 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 Ich bin gerade am PSN-Menü, deswegen. Mein Stuhl kam heute endlich an. Blau. Einer aus dem Stream. Kein Stress. Probier doch mal die FHR aus. Oh, wo ist denn die FHR aus? Ja, mach was. Ich bin gerade auf dem Stream. Ich bin gerade auf dem Stream. jetzt mal frl wieder probieren ja moin ich laufe mit der sks schneller als ich kann heute zumindest wenn ich es richtig verstehe die werte bleiben gleich und das andere hexa ich glaube klagenkriegsliga können wir dieses mal vergessen keine sau macht mit klagenkrieg klagenkriegsliga klagenkrieg der ja keine sau hat was gespendet in einem anderen links bei den nächsten tag also schon aber bei manchen ist es noch gar nicht voll er tötet mich im hede anstatt mich hin zu schicken Hexer, hast du schon angegriffen? Ja. Ja, weil 17 Leute haben angegriffen von 30. Was ist? Brian hat man nicht angegriffen. Ja, voll viele haben nicht angegriffen. Von 30 Leuten, 17. Knapp über die Hälfte. Moin Hagen. Alles gut, wir sind gerade eh voll. Und nach deinem Rage-Crit gestern, Dude, musst du dich mal abgewöhnen, Alter. Kannst du dich einfach Rage-Crit, wenn du weiter aufs Maul bekommst. Falsch an. Hexer. 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 Wo geht der denn? Ich laske den Feuer in Deutschland. Der Memorial drin ist, Herrin kostet das Auto. Da kommt ein Regner Ich hoffe nicht, dass das beiden Steps waren Du hörst ja wo er ist und wo die Steps herkommen Der Step Steps Kein Patch Ich habe Air Truck Sensor, schön kurz Ich wurde angeschossen, aber nicht von der Polizistation Jetzt sind wir hier Ich guck mal, ob er auch noch aufs Dach kümmert Ich guck mal, ob er auch noch aufs Dach kümmert Ist doch krass Ich hab noch Munitionsküste Ich hab jetzt das Bargeld Hm, Hexer kommt rüber Mir fehlen 200 noch mal für Platten Oh, CFI, hier CFI, hier CFI Bleiben Platten Hier 600 Wartet Jungs, hier, ich dropp Ich hab 600 gedroppt Ja, hier Wombo, wo bist du? Um aufm Dach Wie schnell ist der? Wie schnell ist der? Vor allem der ist so gut wie da auch gewesen Der wird vom Haus hoch Ja, geil Ja, geil Aufs Dach 30 Sehr geil, fang ab und alle raus und noch Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal Nein Dinger von wo werde ich denn schon wieder, hier ist mir immer gesniped, ja Irgendwo, eh, irgendwo sitzt dann scheiß Sniper irgendwo bei Superstor Was? Oh, geil, der quittet Kann ich aufm Dach bleiben? Ja Geil Ja Aufm Wimt aufm Aurobatch jetzt wieder Digger Auch mit eigener Klasse grau und so ne scheiße Oh, da ist keiner gelandet Du kannst aber... Ja, der wird auch direkt beschossen, Digger Das ist... Das ist mir auf den Arsch Dann versuch mal, ob du irgendeinen wiederbeleben kannst Du brauchst du gar nicht gucken, ey, du musst ihn einfach ohne machen Egal Egal Oh, das ist schon Normal, die Türen zu Geh mal... Geh mal kurz oben zur Kiste nach rechts an Nein, du kannst doch nicht nach oben Nein, du kannst doch nicht nach oben Jetzt hast du noch mal Geld für noch einen wiederbeleben Du kannst rechts aufs Fenster, du kannst aus dem Fenster da klettern Seitwärts musst du Ne, von... von der... Schneller Ah... Dude, chill erstmal Geh an der Ecke, geh an der Ecke, da warten die ich nicht Nein, geh an die andere Ecke vorne rechts Was ist denn im Herbstland, sondern wissen, dass du hier bist? Ich weiß 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 Oh, schade Hättest du nicht gemisst, hättest du beide bekommen Ja Einer wird wiederbelebt in den einen Tresorraum, wo du grad warst, wo du die Kiste gelaufen hast Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Brian, hier mein Stuhl kam an, hast du bestimmt schon in der Gruppe gesehen, wa? Versuch was an der Kasse machen, wo ihr voll geladen habt Ja, ein Wehr voll geladen, beziehungsweise als zweitwaffe ein anderes Stromgewehr mitnehmen, was voll geladen drin hat, oder so Mit, äh, mit zwei Beinen, die hab ich noch lange nicht gesehen Brian, die kommst du heute online? Du musst einfach rumdrehen, direkt zurück in den Kopf geben Und gleich aber nur für ne Stunde, wieso nur für ne Stunde, Brian? Digi, jetzt noch, äh, find mal jetzt noch 13.000 für uns Wenn er HDR hat, bist du One-Shot, links ist ne Kiste Dann hast du genug Geld, da lag Geld Juck dir gar nicht Und links war noch ne Kiste Da war nur ne Kiste da hinten Da war ne Gegner rechts Da war wirklich Gegner Der jetzt nicht mehr, der weiter rechts Ich würd'n sowieso nicht fighten wollen, also von daher Mit noch Mit 120 Schuss ist eh schwierig Mir ist heute ... ... ... ... ... Der erste Mensch, der ich sehe, der mit Klärmau spielt. Der erste und letzte Mensch, so ein Ding. Da rechts wurde einer wiederbleibt, am roten. Glaubst du auch der Cheater jetzt immer noch auf einem Shop oder was? Machen, Hamsterauftrag kannst du kostenlos wiederholen. Das ist die einzige Option, die mir jetzt einfällt. Du musst einfach da hinrennen. Da musst du hinlaufen. Da kommst du nicht durch, da kommst du nicht durch, da kommst du nicht durch. Du kannst aber ein Gratis wiederbeleben. Das ist die Aufgabe, du. Und bei dir sind Gegner. Da kann er eh vergessen. Auf 40 Sekunden kommt die Zone schon und kann es probieren. Dauert natürlich auch, dass er muss nur durchziehen jetzt. Er muss ja nur an den Scheiß-Dings ran, dann kriegt er das Geld und kann einen kostenlos wiederbeleben. Na, mit so einem Pessimismus auf jeden Fall nicht, ja. Du willst mir ja, dann haben wir eine neue Runde. So ein Ding. Außerdem guck mal, die Zone braucht jetzt noch bis zum Kreis. Was? Zweieinhalb Minuten. Fast drei Minuten, Digga. Nur drei Sekunden hast du für den Auftrag. Du kannst aber nur einen wiederbeleben kostenlos. Wenn hat er jetzt freigekauft? Mich. Hexer hat es voll. Bei mir wird Hexer-Berode unten links als tot angezeigt. Hexer, wie viel Geld hast du? Äh, 800. Ist das 800? Nee, 600. Von wegen er schafft es nicht. Spuck ich drauf. Nehm mal das Mikro raus, man hört voll den Atmen richtig. Naja, weil ich durch den Mund atme, Dude. Weil ich eine Nasenscheinwandverkrümmung habe und schwer durch die Nase atmen kann. Wir machen den Hamsterauftrag, so ein Ding. 500 Meter. Nein, 500 Meter. Ich muss nicht steppen. Das ist bloß nach Query rein oder nach hier. Ja, ist gut. Ich danke für die Info, weil ich möchte selber nicht so, dass ich ins Mikro atme, weil es halt ein bisschen, ja es ist halt nicht, nicht gut. Du hier noch blaue Höhen weg war und so gut? Nee, Laberklein, die sind hinter uns. Hexel, du hast richtig viel bei... Jo, super. Ja, knapp, nur Zehnter geworden, schade. Sechzehnter. Sechzehnter. War fast ein Wind, Jungs. Geh. Geh. Wir haben dir weiter. Geh. Das war's für heute. Ich will kein Essen abholen. Hexer, warum kommt das Essen nicht zu dir? Ja, das... Das will ich aber so haben. Dass du das Essen abholen kannst. Nein, dass das Essen zu mir kommt. Ja. Wenn ihr bestellt habt, kein Problem, Jude. I muss kacken, heißt der. Oh. Ich schieb Donuts. HD. Digga, was ist das für eine Saar? Ja, eine Behinderte-Sar. Mit Thermal. Young. Yo. Nein. Nein. Yo, Oli, Stripper, Hartz. Flexi, so dass mich jeder mag. Das ist der Tag. Oh, oh. Oh. Oha sagst Mutti Hexer, Mutti, du hast ein Auto, fahr selber Essen holen. Die sind jetzt vielleicht ja nicht mehr da. Was die sind schon da? Die sind ja nicht mehr da. Achso. Und warum bestellst du dein Essen nicht? Weil, äh, wo wir das auch gerne essen, die liefern halt nicht. Das schmeckt mega geil. Die machen die beste Tripping hier in der Umgebung. Also Currywurst. Nee. Nee. Warte, nee. Wird leckt und bei mir in den Nesen geht man. Hexer Tod. Brauch gar nicht mehr hinrennt. Ja, egal. Wird eingekreist. Hör doch auf, Mann. Ähm, ihre Händen sogar noch, wo ich meine Creme war. Ja. Ja. Ja, dann ist er gestorben. Weil er einen geholt hat. Virus. Ähm. Ich weiß. Virus hat einen geholt, deswegen. Kein Ding. Virus. Ah, ah, lol. Äh, 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 äh. Oh nein. Der schluckt meistens. Bei mir ist ein Gegner. Ich glaube doch. Ja, da kommt noch einer rein. Digga, wie schnell haben die mit uns greift? Fißig. Ich weiß nicht. Guck mal, ach, weil mein immer. Ich bin da. Entspannung, aber ich bin da. Ich bin da. Und eine große, die ist dann. Oh nein. Das ist dann. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin da. Mach ihn bereit. Hey, flieg mal dahin, extra, ja? Wenn mich der Heli jetzt nicht gleich überrollt. Der Auflage ist erledigt. Dafür muss erstmal Hexer A herkommen und B überleben. Hey, jetzt gerade doch bei mir landen. Ja, aber jetzt beide doch selber genug. Wie willst du denn da? Oh, oh. Ja? 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 Ja. Wir haben den Kopf gelegt, ne? Ja, sehr. Ähm, die kommen zu dir, ne? Die kommen zu ihm. Die kommen zu ihm. Ja, wo landest du denn auch, Alter? Also... Arme, Leute. Die Frage ist immer noch, warum du da landest. Lkw. Auto. Auto. Ausgestiegen. Seh mich noch nicht. Warte, ich kann den ersten vielleicht gleich holen. 2 tot. Sehr schön, boys. Na, guck. Jetzt wollen wir erstmal unseren Dude... Äh, die anderen... Von den anderen 2 sind einfach weitergefahren. Hexer, wie wär's mal... Aber das ist frei. Ja, Mann. Hexer. Ja, hier. Hexer. Ey, die kommen wieder. Hexer. Ey, Jungs, beim Loadout sind ein Gegner. Ja. Aber nicht nur... Zwei, da sind zwei runtergekommen. Ja. Ja. Da ist noch einer. Ja, haben wir gesehen. Das sind drei, ne? Ja. Von links. Von links. Von links. Ich bin safe. Hey, ja. Moins. Komm wieder von hier zu überall, Digga. Ich bin safe. Wirklich hin. Da muss eh noch was machen. Ich komm gleich wieder. Äh, könnt danach ne Runde ohne mich starten. Oh, ich bin richtig... Äh, ich schwör dich schon. Komm mal hoch. Ich kann nicht hoch. Wir sind in der Sicherheitenzur. Auf Feinde aufpassen. Wir haben Egeist. Also vermute ich. Was machst du denn mit dem Lass Ich hab dich! Hast du ein Panzerplatz? Nuh Digga, der hatte ja gar keinen Bock mehr Nein! Einer hat überlebt! Von wo? Hä? Hä? Aber jetzt muss ich mal raus. Jetzt muss ich mal raus. Jetzt muss ich mal raus. Drück hervor! Das ist keine Waren. Ich bin nur vor mir von mir, wie wir uns sind Das ist sicher von mir War... Ähm... Was ähm... Was machen wir jetzt? Da komm ich auch später wieder. Ich stumm nicht. Ich stumm nicht. Das war's. 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 Tobi, da. Servus. Oh, ist die da Roller, Junge. Wo ist denn der andere hin? Hat er keinen Bock mehr gehabt? Roller. Hexer? Ja, ich bin hier. Hat er keinen Bock mehr gehabt, der andere? Er hat irgendwie gestummt oder so, keine Ahnung. Der ist gar nicht mehr in der Party drin. Wir sind immer noch vier Leute. Ja, aber Uwe ist neu. Uwe ist wieder Roller. Ach so, der eine meinte, der ist weg. Er hat keinen Bock mehr gehabt, der verdornert. Uwe, mein Stuhl ist da. Jawoll. Ja. Halt in einer Runde. Nee, ich bin gerade reingekommen. Hexer? Nein, ich bin gerade reingekommen. Nein, ich bin gerade reingekommen. Also perfekt, ich kann auch heute einfach bestellen. Aber nein, 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 nein. Hexer will fritten. Also ich kann wieder reingekommen. Ich muss nur kurz was machen. Nein, ich will die auf Freizeitver 26. Ich habe mich einen scheißleichen scheinbar gekriegt. Einer, ich bin gerade reingekommen. Also ich will, ich glaube, im letzten Tag habe ich schon wieder gekriegt. Ich? Nein. Unbibatredigen. Ich? Ich? Nein. Natürlich du. Ich mag auch. So wie immer meinst, ja? Na klar. Ich habe jetzt endlich dieses komische Omega Kacke da. Dieses Omega Paket. Was für ein Omega Paket? Na, womit man lila Kugeln schießt aus MP und Grau. Ich habe jetzt die ganzen Punkte da. So was musst du da machen? Na, 1600 Punkte. Ich hatte halt ganze diese komischen 3 Punkte. Habe halt gewartet bis ich 1600 hatte und hab mir das jetzt geholt. Ach so. 1600 Points. COD Points. 16 Euro wollten wir dafür haben. Ja. Ja. Oh, wir haben gerade eine Runde gestartet. Du Stück Scheiße. Nein Spaß. Wir kommen nochmal raus. Nein, nein. Mann, wir sind gerade hier in einer Aufwärmphase. Gerade noch am Ladebalken-Screen. Ja. Oh, der Stuhl ist schön. Ich freue mich gerade richtig über 129 Euro weg. 129 Euro sind aber was dafür weg. Ja, natürlich. Weißt du was ein DX Racer oder ein Nobetshare kostet? Das war der eine, den Stuhl hier den ich habe, war einer der billigsten. Lecker mit. Du musst schon für einen guten Stuhl ordentlich ausgeben, weißt du. Also geh mal auf die DX Racer Seite oder auf die Nobetshare Seite. Da kostet ein Stuhl 200 Euro. Ich glaube ich ein Stuhl reich. 50 Euro im Monat verheize. Ja, du verheizt 50 Euro für deine scheiß Aktien. Ja. Dass ich COD-Profi wäre oder so ein Ding. Ah, lauter. So lieb tut weh, so. Wolltest du nicht Fortnite-E-Spotler werden? Ich? Ne. Ich glaube, also ich wäre nicht flexen, ne. Aber wenn ich ihm richtig, würde ich, würde ich, ähm, mit, äh, Leute haben die Connection dazu haben. Und würde ich, oder, äh, irgendwann, äh, mehr in die E-Spot-Seite gehen. So würde ich glaube ich, äh, könnte ich, könnte man Profi werden, ne. Oh, gestern noch, äh, gestern Abend noch schon einen Hund geholt. War ich schon noch mit Bayern, ne? Ne. Wie warst du da gestern noch gespielt, war mit dem, mit dem anderen Typen da, ne? Ne, Privatjet. Ah, Privatjet. Ah, Privatjet war noch... Oh, ach so scheiße. Dicker ärztliches unbenannt in, ähm, Dirty-Wodka-Schiss einfach. Ach du scheiße. Alles beliebige Kopien. Und du bist nur der wahre Dirty-Bier-Schiss, oder? Na klar. Und dann, als ich essen mag, komm ich wieder, ich guck drei von 20 Leuten in der Party. Ich guck mir den Namen an, Dirty, ähm, Spezi-Schiss ist jetzt auch genannt. Spezi-Schiss? Äh, immer wieder. Aber jetzt hat er sich, glaub ich, jetzt hat er sich nicht mehr, ähm, Spezi, sondern Aga. Was ist eigentlich das für ne... Was ist eigentlich das für ne... Ich würd' sagen, er hier. ich hab noch gar nicht dazu richtig meine scheiß frl zu testen ich meine die macht war gut schaden so aber ich muss hier natürlich auch mal kurz weg triggern ich hab alle waffen auf maximum ich brauche nichts mehr level ich spiel modern warfare seit release jungs meine erste waffe war die kilo meine erste meine lade hatte dort nie so viele eigene ja macht ja ja bei nur herrscher meine erste runde jungs na quatsch nicht das war schon heute früh um drei gezockt ah ja hexa ich hab wirklich bis drei wach oder der heli ist nicht der kopf wird auch fast der ist hier aber ich habe den kopf dann zwei hexa meine zweite nein da kam der andere noch über die Ich bin da an der Lagerhalderbomber. Ist das ein teammate? Ja, glaub schon. Hex, weil ich die Waffe nicht nachladen konnte, nur wegen dir. Musste ich den Typen boxen. Sorry. Hex, das immer wird. Wahrscheinlich, nur weil ihr wieder in Afrika gelandet seid, man. Guck mal, wo ihr wieder gelandet seid. Ich hatte eins zu eins denselben. Ohne Scheiß, Glenn. Eins denselben. Er ist rechts außen. Immer noch rechts außen. Immer noch rechts außen. Ich seh ihn grad nicht mehr. Wie viele sinds. Oh, hast du dahinten gehabt? Oh, AX hab ich. Ja, geil. Ihr seid Helden. Ich sag, warum landest du da? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich hab da gar nicht gebootet, oder? Was? Ich weiß nicht mehr. Hey, können wir wiederholen schon. Ach, doch. Hex, dann lauf mal da lieber weg. Hier wurde schon gebootet. Wenn der Heli angerollt ist. Ja, das ist auch gerade. Ach, ein Heli. Wie sollen wir noch mitnehmen? EBR, oh mein Gott. Ne, noch am Tag ran hier. Ja. Ja. Ich stehe schon an, wenn er auch nicht ist. Ach. Die wird einfach nur eine Krone angezeigt. Da ist ein Geist nicht eingeschränkt, ich habe vorgebracht. Wenn ich runter, hoch, ich höre sie, ich höre sie aber sehe sie nicht. Auch hier. Mein AMDG. Eklig. Juhu! Du Ritz, du Sau. Hexer, ich bin safe. Du kannst zu mir kommen. Hier kommt keine Sau hoch. Hexer. Er haut ab, oder? Hexer, lass dich nicht. Er schützt ab. Hexer, du musst aufpassen, wenn du irgendwo rüber willst. Hexer, du musst nur 40 Sekunden überleben. Hexer, nur 40 Sekunden. Dann kommen beide wieder. Pupps, Sniper aus dem Tower, ich sehe sie jetzt schon kommen. Ja. Ich wollte eigentlich da hinten liegen. Geh, sie ist einfach so eine Kanade rum. 20. Virus du musst uns carrieren. Auf dem Rollenfeld rennt auch eh nach rum Markier die doch Danke Der andere Boss ist jetzt da Schnell hier rüber, schnell hier rüber, schnell hier rüber So, kommen wir jetzt irgendwo unsere Notabfahrfliege hinzu? Ja, hier Na ja, gehen wir nach da hinten Batman Batman Wir gehen da nicht hin, wir gehen da hinten hin Er braucht diesen Fall Nee, er hat diesen Fall Hast du einen mit einer Fußlehne? Nee Ja Ich brauche noch Platten Warte, meinst du, wieviel brauchst du denn? Ey, ich erlebe hier eine Munitionsgeschichte, aber noch dazu Aber Reicht das? Da kommt das Auto Ja, wenn man sich drunter stellt ist man auch blöd Tome Oh nein, 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 nein Ich hab ein K.O.- Oben ist auch einer K.O.- Oben ist auch einer K.O.- Ow! fundo 2 bei gemolken! K.O.- Oben enteben! Oben enteben! Hexha! Hexha! Nein! Ich höre das doch, Mann! Gate für Hexha und let's go, Wiederbelegung. Anti-Mate. Hinter uns, oben, in die Luft. In der Luft. Wir wussten... Okay, schon gut. Wir nutzen hier noch Waffen, Hexha. Da landet einer bei euch, da landet einer bei euch. Ja, der ist so quick. Der hat ja nicht von der Luft getroffen. Oh, das war der, der, ähm, er hat Rühler gewonnen. Das war wieder dieser Chuck Norris. Den hatte ich sogar gestern noch in der Runde. Die Moven hinter uns mit Fallschirm. Ah, den Turm können wir auch nicht mehr nehmen. Wir müssen jetzt eh steppen. Ist das schon noch ein bisschen? Nee. Beide noch ein bisschen. Beide noch ein bisschen. Mann, ich schieße einfach hier hoch. Oh mein Gott. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Die bei dir. Das war ja klar. Vielleicht ein bisschen Feuerschutz geben? Das ist doch mein Blut. Mhm. Nein Längs. Hot air. Hier ist der Mauer. Hang-Sack, geht's auf Kraft und hohe Dörten wieder. Fuck, jo. Hilder, ich schlafe. Ich schlafe. ja wo ist er hin du schaffst es nicht mehr prünktlich durch na doch ja doch dann kaufen wir noch die präzisionsluftrackern er sagt man lade doch die waffe richtig nach gut hat jemand von euch der snipergeist klasse das ne aber könnte man mal prinzipiell machen eigentlich die fahren da glaube ich hinten hier oben irgendwo snipes war da drüben ist hier auch einen ist jemand im haus zwei einer ja außerhalb einer ist noch nockt ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe nicht wo die sind wir sind da die direkt hier wir sind jetzt im haus ne weg von mir einer keo 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 ich zieh durch im haus am fenster und unten sind sie hinter dem haus ja kannst du ein kürze ja also ok ok komm wir müssen wo ist denn der? rechts, ich war von dem beschossen ja du dumme sau Timo, Werner, 7, Junge Digga, weil bei Hexer auch immer wieder die Mutter reinkommen muss Hexer Nein Du bist denn selber? Oh,근모 Ich reuniere sie Oh Nein Khamber Das wird Das ist Okay, so what if I go? Was hast du gesagt? Hexer Da guckst du die Spieler ausräumen, aber stimmt Da kann ich nicht einfach rein kommen Ich persönlich ziehen Wenn wir das nicht Crash Ja, der war gerade eben schon in der Runde Echt? Ja, habe ich doch gesagt Du hast den mit Zivil geholt Er hieß Chuck Norris Und dann habe ich doch den einen in der Luft angehittet Und wenn Mutter guckt Weiß ich nicht, habe ich nicht darauf geachtet Der war gestern schon in meiner Runde Aber ich weiß nicht, ich habe jetzt mit Wamba qua Wamba, bist du noch da? Jaja Das heißt, wenn Chuck Norris gerade... Jetzt auch bei Bonny hat er sonst den... Streams halt Ich habe einen zuschauen, das bin ich selber Auf der Cover Mit einem nicht registrierten Account Okay Okay, Hexer ist AFK Du musst den Müll rausbringen, nicht mehr kass Checking Du musst auch gleich den Müll rausbringen Du musst auch gleich den Müll rausbringen Ich persönlich ziehen Ich persönlich ziehen Ich persönlich ziehen Ich persönlich ziehen Nein, da kommt was da Held los ist So Wollen wir da hinten füischen? Ja, natürlich In den Euter Verrug Ein Neuter ich wollte es gerade sagen alles wegen Hexe und Hexas schuld, doch meinst du alles wegen Hexas hinter mir ich hab einen noch oh mein Gott ich hab mich vielleicht gefunden Dings ja dicker, weil das in den Frieden besteht hat er mich nicht gefinischt, hat er nicht schlafen können hier sind noch mehr die wissen auch wo wir sind, weil ich die Krone habe aber ich probiere es nicht nein, hast du aufgegeben? Ich muss nur 30 Sekunden überleben Ja, gib auf, dann sterbe, schnell Digga, ich hab 11.000 10 Ist egal, wir holen dich eh wieder Wir kriegen jetzt nochmal Bile 2000, das reicht easy für Loaded noch Hast du eine Panzertasche, Shoot? Ja Hexas wieder da? Ne, Hexas, naja Warte, ich hol eine Plattenkiste erstmal, besser Oh, Platten Hexas tot Bei Hexas sind wir jetzt schon, ne? Ja Digga, ich hab gerade die Old Gin gehabt, ne? Die Schrotflinte Hier hinten Ich sag dir Das ist ein Biest Für... Ne Wir mussten eine Plattenkiste kaufen, Digga Rechts Ich würd eigentlich nen Auftrag machen, Geld nehmen Ja, hab schon gesehen Monolith Wie ist denn Tasche, hast du eine hast? Ich hab eine Ich hab eine Ja, 45 Meter vor uns Da kann ich mal sehr wie OP wie ein scheiß MP ist Schau, war ich ein guter Rund... War ein guter Rundstart eigentlich Was soll ich denn sein? Ja Was soll ich denn sein? Also ich mach auch nicht Oder mich Hör auf! Jura, sieh dir mehr Salusos Wenn sie einfach nur bommbommbommbommbomm Oh, bei mir hast du bestimmt nicht mehr Kumpel gehen muss. Beide. Dennoch haben wir gar keinen Bock mehr. Ist der finished? Ja klar. Ich sehe auch noch einen Auftrag. Wie kriegst du dafür? 1000. Ich sehe es auch nicht. Die Ausrüstungslieferung unterwegs. Der Gas verbreitet sich schnell in die neue Sicherheitszone. Digga mach doch mal schneller. Also es ist ja unglaublich, ne? Die Moniker müssen nur dafür gespielt werden. Ja die einzige Chance ist, dass ich mir einen Kronaufrag schnappe und irgendwie abhaue. Achso ja, oder der Kronaufrag. Aber nicht so. Versuch den hier hinten zu nehmen und lauf dann hin zum Platz. Markiere nochmal den Auftrag. Ich hab dir was gefunden. Ich hab dir was gefunden. Weil niemand das braucht. Quack. Meist gesucht. Kennzeichen akzeptiert. Ist jetzt dein Ziel. Sie wissen auf jeden Fall, wo ich jetzt bin. Sie wissen auf jeden Fall, wo ich jetzt bin. Habt du Netflix? Ja. Was guckst du dazu? Der Big Bang Theory. Der Big Bang Theory. Ich hab's zu Interview Leid. Ne. Bei so einer kleinen Serie. Es ist deine erste Staffel. Aber die müssen bleiben. Ähm, ich guck jetzt. Kennst du die Serie DART? Ja. Also für dich auch nicht. Hast du auf das Geldes geguckt? Ja, natürlich. Geht ihr mit dem Wieselit? Nee. Hast du Outerbanks geschaut? Was geschaut? Outerbanks. Kenne ich nicht. Digga, Hexa, du Stück Scheiße, also deine Mutti kann auch nicht warten, ne? Die ist ja weg, du Held. Ja, jetzt. Hättest du mal kurz sagen sollen, Jungs. Hat Hexa auf jeden Fall nichts dazu beigesteuert. Und das Ding ist, ihr kommt gleich alle noch raus. Warum? Ach so, in einer Minute. Bitte stülz, bitte, bitte stülz jetzt ab. Das ist sogar Pila. Der muss hierher fliegen. Er hat keine Zielerfassung. Erst da landen, nee, erst da landen, zu dem Auto. Nein, also ich glaub, die wollen nicht wirklich haben. Du musst warten, bis sie ins Haus gehen und dann springst du runter. Die haben jetzt richtig fett Loot. Ein Sniper hier anhängen. Sollen wir dann beim Loot Drop landen? Die sind ausgestiegen, oder? Nee, das ist mein Auto hier. Ja. Äh, Loot Drop, ich sag mal nur so, Loot Drop ist hier, hinter Train Station. Ich hab ja auch gesagt, ich würd erst bei dem Bombenjag landen, dann mit dem Auto zum anderen fahren und dann wiederkommen. Wir gehen einfach nicht drauf, ganz einfach. Wir gehen einfach nicht drauf, ganz einfach. Ich komm jetzt, ich fahr jetzt zur Train Station nochmal um meine Reichsklasse zu holen. Ich hab keine Ahnung. Neu. Da wird einer wieder hin. Und wenn das jetzt nicht heißt. Komm du Loot Drop. Was hast du denn gedacht, rennt er nicht da hin? ja scheinbar ja schon pro kill 10 euro da hast du schon mal da kannst du mir schon mal 80 euro donaten so ein ding die a x radfahrt ich habe Angst vor C4 fahr mal bitte hier ja zum links heute wirst du reich das Ding ist du kannst mich nicht benäten rechts ist eine Kiste, wenn du Gegner sein wollen wir die klatschen wir wissen doch eh nicht so wie sie da sind sie scheinen doch nicht da zu sein oder ich sehe zumindest keine ich sehe zumindest keine im Wald im Wald ey warum ist das kein Mist was ist denn ich lieg safe ich lieg safe stopp da sind schon zwei links neben mir ja beide einig sind schief alles hexer schuld ich kann es einfach nur wiederholen ich muss essen bestellen bei Mutti sonst hätte ich verhungere nein die ist doch gar nicht mehr da ja und warum musstest du dann jetzt bestellen weil ich nicht alleine bin wie weil du nicht alleine bist wer ist denn noch zu hause wer ist denn noch zu hause dreimal darfst du raten wer sonst noch zu hause deine rechte Hand jetzt geht es hier keiner hast du das komm mal präsent ja dann müssen ich muss noch platz mal an hier wo ich stelle die scheiße mit Opfer ich geh mir was erst mal gegner der nächste muss ich mich auf den Boden stellen um irgendwie nehm zu nehmen ich muss gucken da hab ich das klingeln hör rein hast du das ach das ist das Wings Er ist wieder so ein Held, dass er es nicht hoch bringen kann, dann passt sich wieder raus. Kennst du diese Leute, die Lieferanten, die einfach nur unten warten und nicht drauf kommen? Hahahaha Ja, was ist denn was wir tun? Was ist denn jetzt? Digga, 6 killt schon gemacht Dieser wird fabulos Wer ist fabulos? Hättest du nicht? Hättest du nicht Ich hab 7 kills Wo sind meine 70 Euro Jungs? Radazong Ich hab mir das mit dem Krippang dazu anlegen Du kannst mit deinen 70 Euro PSN holen, so einlegen Mach mal spenden, ich weiß Oh, du schaffst einfach da eine I-Bahn reingekommen Ja Schwupp Haben die was auf Amazon bestellt? Ne, bringt denen eh nichts So lange haben wir ja nicht mein Amazon Konto Aber Ich hab vergessen wie lange Lina arbeiten muss Ich weiß noch nicht Ich kann ja mal schreiben Vielleicht antworten sie ja noch Aber die Zone ist auch wieder so geil Babys Jahle Schordi hol mir noch n' Schord Schordi hol mir noch n' Lass uns mal hier landen. Ne, ich mach nicht normale Krone, weil dann sind die alle hinter meinem Arsch her. Ja, wer hat Mais gesucht aktiviert? Das mach ich halt einfach für uns. Digga, weil du weißt grad gar nicht, was los war. Ich hab ja den Händler. Nein. Ich würde den Loadout schon holen, Jungs. Ist das eine Puzzle oder warum muss sie durchziehen? Ab hier zum Dings. Zu wild. 2.600 pro Person. Hexer, Drop. Und 500 fehlen. Nein, man stellt mich für ein Sägeleißungsrecht. Zu wild. Wieso hast du schon volle Platten? Ha, weil wir grad gekauft haben, so ein Ding. Und weil es zu wild ist. Ich hab die... Ich hab noch ne Munibox. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh wow, oh wow, oh wow. Zu wild. Du gar nicht. Hier vorne war aber einer. Da in diesem kleinen Häuschen. Schiebdecke. Schiebdecke. Oh fuck, hinter dir. Virus, du kriegst doch gar nichts mit, oder? Alle, in der Standfilter. Hast du noch ein Dach rum? Der ist one hit. Komm, wir nach rüber. Er ist hinten runtergesprungen. Er ist links. Wer hat Munibox gedroppt? Schon einer? Ne, noch keiner. Dann dropp mal bitte. Unten aber bitte. Dropp mal schnell, dropp mal schnell. Schon komplett leer. Das ist dein Ziel gelaufen, ne? Das ist ein neues Team. Ach du scheiße, vier vor mir. Ja, das ist ein neues Team. Ich hab einen KO aber. Team Ausfläsch, oder? Ja. No. Easy. Ich hab einfach 24 geschmissen. Ein knocken und ein finishen. Zu wild. Hast du mal ein Flaschen gelesen? Ja, ne. Lass dir das noch erst dort schauen. Also noch paar Gegner können wir ein bisschen rasieren. Noch load, äh, nochmal Dings holen. Aber ich kann auch zwei droppen hier. Danke. Ich hör mal kurz. Die wurden einfach vom Mais, äh, Maisgesuchten verfolgt. Normalerweise ist das ja anders. Digga, ich guck so, ich guck so auf dem Dings. Ich seh so viele Personen. Ich so schwupp. Ziefi wupp. Cool, selfless. Wohin? Alle? Hier liegen wir mal Platten. Oh, haben wir einer genockt? Vor euch irgendwo. Ja, oh. Oh, leicht von oben. Oh, schnell, 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 schnell. Oh. Jo, ich wollte fragen, wo man, äh, die Karte rausholt. Was für eine Karte. Kack. Mach die Tür zu. 20 Meter links. 20 Meter links. Eingang weiter von uns. Das sind zwei Leute. Von hinten. Nein. Einer spielen. Sieht weg. Beide. Sieht weg. Wenn man einen Gegner sehen will. Du meinst so? Touchpad. Touchpad. Touchpad drücken. Nein, ja. Aber ich muss nicht. Ich muss nicht. Du bonn, ich muss nicht, das Geld davon gebühren. Er taught hecksen? Beinahm noch. Ja. hast du ihn? ne einer ist nur noch nein nixer ich zieh durch ich zieh durch links wurden auch fallen angefangen hab ihn ich muss mir platten holen ich hole ihn wieder ich hole ihn wieder jungs 30 meter vor uns da kommt noch was ja mach wenn du keine platten hast dann hau dir voll ja setz dich mal die touchpad ps wie das heißt bei dir diese grüne karte wo man das ist ne ding du musst einfach einen anderen knopf drücken wo du deine granaten oder blendgranaten schmeißt bombert ja exakt wenn ich meine grubel vor trete ja müsste gereichen lächerlich bei mir hier vor mir ja ja alter kein spaß ist egal probiert zusammen zu bleiben probiert sie zu holen haben nein nein hexer nein hexer ich ziehe erstmal zurück oder irgendwie mach scheiße alter boxen auch noch nein ja ja aber er war eigentlich schon tot und komm hexer ich meine die zone ist schon ja ok ist noch acceptabel und da ist die wie ist unsere kiste was Deutsch da wieso kriechtet die Hexer in der Nähe von der Kiste ist ein Lupenauftrag. Ne, der ist jetzt weg. Geist klasse gegrappt. Jo. So glaube ich dann schneller. Nehmt einen Hamsteraufgab mit, Hexer. Wissen wir. Ich muss es aber wahrscheinlich mit dem Auto machen. 500 Meter laufen. Warte mal, 500 Meter ist der hier, safe. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und das ist der Weg. Ja, das ist der Weg. Ja, da muss er jetzt kommen. Warte mal! Werden das meiste gelten vor 1 Stunde? Das Ding hat keine Ahnung. Mach Video Clip speichern, dann guckst du an. Digger, wo habe ich jetzt schon wieder mein Ladenkabel hier hingehauen? Wie viel habe ich? Weiß nicht. Ja, ich flieg jetzt nicht nach unserer Kiste. Liegen da irgendwo Waffenhäckler? Bisher nicht. Geil, Wurfmesser. Geil, Wurfmesser. Ja, das beste Wurfmesser. Hör in der Kiste. Ich habe Geld. Ich hole kurz die MP noch. Hol mal Platten. Wenn es reicht. Die Waffen musst du auch alles haben. Brauchst du welche? Ja. Da wurde auch einer wieder geholt. Dort. Geh rein. Der ist wirklich alles leere Lutschner. Was? Was? Nein, C. Danke. Lass noch Hils checken hier. Ja, drückte vor. Digger, die Runde wird schon wieder... Also wir erstellen wir gleich, aber wir schaffen es noch irgendwie ein Team zu ripen. Ansonsten nächste Kiste kommt. Er ist Zone 5. Kontakt! Feinkontakt! Geht doch das Kaliber. Hier. Hier wird auch schon leere Lutsch. Ja. Ja, lieber noch ein bisschen Munition finden anstatt. Ach, die Biesern kannst du mir jagen mit. Ich sehe aber, wann landet denn hier auch? Schließt sie ja. Geht nur zumal. Ach, ihr Wombat. Mhm. Unter der Treppe. Ist auch gelötet. Nee, hier war schon jemand dran, oder? Oder? Ja. Ja. Ich hol's von ihm. Zwei. 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 Da sind mehrere. Wie viele sind das? Ähm, ich glaub mindestens zwei, wenn ich's richtig gesehen hab. Ja. Einer ist von hinten. Was? Er geht auf Finish. Er ist One-Shot. Von hinten links. Ja. 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 Da rein, Hexerplatte. Ja. 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 Du ha compris? Ja. Entschuldigung? Da. stun Dispelt? Ja. Ach, der hat gerade jemand gesehen. Hexer, du musst nachladen und finishen. Links, links. Oh, schade. Ja, Hexer, ich komme mit ihm wieder, ich fahre jetzt nochmal zum See. Und die noch eine Runde stoppen, der ist noch da.